Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du besorgst mal schnell 92.000 Röhrchen Vitamin C und fertig Was, jetzt sofort? Natürlich jetzt sofort, was glaubst du denn? Jetzt nimm mal die Finger aus dem Sack Ich hatte nicht mal Zeit für ein Schlittencheck-up Der Tarnmodus fällt dauernd aus und ein Rentier vorn hat einen Platten Selbstmord ist das Die ist witzig, mal kurz und fertig Achtung, Durchsage an alle Rentiere, da kommen Tore und Fensten Da unten bei dem großen roten Spielzeug landen wir Stopp, 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 stopp Ich suche eure Wichtel-Abteilung Ach du Schande Gib mir 92.000 Stück davon Aber sicher Ja Nein! Name? Klaus Vorname? Sander Wir brauchen Tests auf Alkohol und Drogen Und hilft das meinen Wichteln weiter? Gut, den Drogentest zuallererst Ja Ich bin hier Anwalt und ich will Ihnen helfen Wissen Sie, dass ich im Gefängnis bin? Ja, 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 klar weiß ich, dass ich im Gefängnis bin Ich mache Monopoly-Spiele Geben Sie mir Würfel, ich würfel einen Pasch und bin hier raus Sander Würfen wir mal auf dem Rentier reiten? Nein, 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 nein Ach, bitte Nein Das ist toll Juhu Weißt du, was passiert, wenn zum ersten Mal in der Geschichte die Kinder an Weihnachten keine Geschenke bekommen? Nein Wenn ich meine Wichtel nicht rette, gibt es kein Weihnachten Ich bin der Weihnachtsmann und muss Geschenke verteilen Schnell, wir haben keine Zeit mehr Mir ist klar geworden, dass nicht einfach alles so durch Zauberei passiert Dass man auch für die Menschen kämpfen muss, die man liebt Das war die Rede von Miss Frankreich, letztes Jahr, Wort für Wort Wie sagt man guten Tag auf Rentierisch? Man sagt, oh, oh Nein, das war falsch, du hast gesagt, willst du einen Erdbeerjoghurt haben? Jetzt will er natürlich einen Sack, was kommen wir vor? Ja, ja, ja